ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist dienstag der 10. august 2021 8 28 mein namen ist carlos malzins und sie hören uns live aus dem traders club trading raum und wir bereiten uns auf unseren morgenlichen dax trader form wir haben in der mitte hier den daily pivo 15 7 52 und wir haben eine 25er blue box würde die blue box so bleiben und sich dann blau verfärben würden wir sie traden ja aktuell ist die aber noch orange das heißt wir sind aktuell unter dem daily pivo es wird ich mich jetzt erstmal für die big number von 15 707 konzentrieren ist der kurs nachher über der big number nach oben dann würde ich die 15 8 nehmen wir bleiben in diesem chart und gehen mal in die kurze vergangenheit gestern abend kleine boxen dann gab es mittags die boxen die direkt auch sauber in den gewinn gelaufen sind 13 sogar und ganz früh die 90er die haben wir nicht getradet dann auf der linken seite hier sehen wir die darstellung der sogenannten grünen wohler boxen und da haben wir gestern gestern morgen ein trade angesetzt hier wo wir den hedge auflösungs trade gemacht haben und der trade ist denn hier auch in den gewinn gelaufen ja und das war also gestern der hedge auflösungs trade und wir haben dann mal die order history in die karte kann man das sehen hier gestern letzten drei tage zack und da sehen wir also gestern den trade den wir hier nach hause gebracht hat der erste eröffnung straight für unser video tagebuch war gestern wieder ein big number trade ok jetzt die frage wo kommen denn die wohler boxen rein forecast das ist circa bei der big number 15.800 bei 93 50 würden wir long gehen und 78 50 würden wir schaut gehen 93 5 das heißt wir würden hier da circa würde die box reinkommen also das ist das niveau auch von gestern da haben wir also genügend luft gehen wir wie immer morgens einmal in die großen zeitebenen heute fange ich mal an auf daily basis gold gold nach wie vor short auch mit den heikin aschi kerzen und wir sehen das haben wir gestern ja auch schon angezeichnet die unterstützung hier bei 16 81 vorlage gehen wir mal zick zack linie also daily short vier stunde short short 30 long 15 long und fünf minuten auch long also leichte erholung gehen wir mal in öl rein daily basis short mittlerweile vier stunde short auch hier sehen wir die unterstützungszone in öl da müssen wir runter unter die 64 dann ist eine gute möglichkeit dass der markt weiter nach unten läuft auch jetzt hier auf stundenbasis noch short 30 sind wir long 15 dementsprechend auch long und fünf minuten auch long technologie börse nasdaq wie sieht es dort aus daily long vier stunde long stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long also da zeigt alles immer noch in richtung auch hier leichte gewichtung er in die richtung süden dow jones daily long vier stunde long stunde short 30 short 15 short und 5 auch hier leichte gewichtung short dachs daily long vier stunde long stunde long 30 short 15 short und fünf minuten auch short also auch hier werde ich eher auf unentschieden tippen und jetzt kommen wir zu bitcoin bitcoin auf daily basis long vier stunde long stunde long 30 minuten long 15 short und fünf minuten auch schon ethereum hat die 3000er marke wieder nach umgeknackt 3100 long vier stunde long stunde long 5 30 minuten long 15 minuten short und finden auch er schaut so dass erst mal so die wetter aussichten aktuell kann sich noch ändern wie das wetter auch hier in hamburg forecast in hamburg regnerisch gewitter und regen aktuell trocken aber es soll heute nach wie vor regen hier im norden so das heißt diese orange box hier die wir rechts sehen könnte eine werden wenn der markt blau ist dann würden wir sofort wechseln und die blue box favorisieren kurz 8 35 wir wechseln jetzt und gehen auf die blue box 25er die ist blau und wir würden jetzt long gehen 15.763 und short bei 15.738 das wäre jetzt die erste box die wir traden wenn der kurs da ausbrechen sollte also 15 7 63 zu 15 7 38 eine blue box die kleiner ist als 30 nehmen wir so und los geht's 9 9 uhr wir sehen die vola boxen ja entweder gehen wir in dem unteren bereich bei 15.700 oder die obere so der ddp wo ist jetzt direkt in der mitte 15.752 und jetzt sind wir gespannt ob der kurs jetzt noch mal die 15 7 antestet ich weiß auch nicht wohin der kurs jetzt läuft natürlich und wir haben hier oben bei 15 8 der vola box wir haben hier unten bei 15 7 06 der vola box und wir sehen der kurs geht jetzt eher nach oben deswegen platzieren wir jetzt mal die vola box um 15 7 8 und 70 und wir sehen auch hier die erst der erste trade heute ist ein blue box trade 15 7 63 und bei dem bleiben wir jetzt das ist der eröffnung straight 15 7 63 eine blue box eine 25er auf der gegenüberliegenden seite bei 15 7 38 wird jetzt auf die gegen order schon platziert falls der kurs noch unten möchte und wir variieren auf dem linken bildrand auf dem linken chart je nachdem wenn der kurs sich in richtung der grünen box richtung 15 7 ist würden wir dann auch wechseln die richtung da sind wir flexibel so und bei den blue boxen haben wir eine sehr hohe trefferquote im ersten und zweiten anlauf das heißt wenn der kurs sich jetzt in richtung süden bewegt wie wir jetzt gleich sehen der zweite anlauf dann sehr schön dann können wir jetzt schon auch anfangen und die vola boxen unten platzieren 15 7 0 6 dann wird die falle von oben erstmal gecancelt wir müssen uns jetzt ein bisschen entfernen von der vom daily pivo und dann ist das durchaus denkbar dass wir hier den blue box trade nach hause bringen zweiter trade jetzt wir sind long und short gleichzeitig mit der übergewichtung im short bereich unal palistem ja s also ja ja Ö Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so ein bisschen Ping-Pong jetzt, wie bei der Olympiade, Tischtennis. Gucken wir mal. Also dritter Trade, Blue Box, auch das relativ selten, dass wir in die Verlängerung gehen im dritten Trade von der Statistik her. Und der Markt macht jetzt hier den Breakout im dritten. Und wir sind gleich in den Vola-Boxen oben links. 15,7,8 und 70. So muss der Kurs nochmal richtig reinlaufen. Ja, Carsten, du kannst mir deine Telefonnummer hier reinstellen. Die sehe ich nur und dann können wir telefonieren heute Nachmittag oder heute Vormittag, wenn ich fertig bin mit dem Traden. Okay. 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 ja das sieht keiner wenn ich muss ich gar nicht dass das ja immer freischalten deswegen siehst du dich immer doppelt insofern sehe ich das nur wenn du mir was schreibst so wir sind in der vola box aktiviert die vola box ist aktiviert und wir sind lang im trade